Und ich war ziemlich verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie ich es schaffen soll. Und dann habe ich euch gefunden und ich wollte nur sagen, dass ich total dankbar bin, weil ich das Gefühl habe, ich könnte die schriftliche Prüfung am Mittwoch schaffen. Und heute, das war sensationell. Also das war superklasse. Hilft nochmal, das Ganze reinzubekommen, zu strukturieren und ja. Das Lernen bei dir macht einfach Spaß. Also man kriegt ganz viel Wissen, aber der Spaßfaktor war bei mir extrem hoch. Mir auch ein Danke und vor allem für die tollen Eselsbrücken. Diese kleinen Merksätze oder diese Symptome mit diesen kurzen, knappen Formulierungen. Also die kann ich mir am allerbesten merken. Du könntest mich nachts um drei wecken, ich könnte dir sagen. Hat sich vieles zurechtgeruckelt, was vorher noch vollkommen wirr war. Und das finde ich einfach super. Klasse, deine Kreativität, Lebendigkeit, Verbindung von Symptomen zu Fällen, zur Praxis, zu das und das macht derjenige, wenn der Sohn zu ist und so. Das ist total hilfreich auch. Leider habe ich auch euch jetzt zu spät gefunden. Das hätte ich den ganzen Sommer schon gebraucht. Die Struktur, die hat mir jetzt viel Halt gegeben und diese tausend Einzelteile endlich mal irgendwie einsortieren. Und das war echt mega Hilfe. Danke allen nochmal fürs Mitmachen. Also der Endspurt lebt ja auch davon, dass ihr auch so dabei seid und geübt habt und dabei wart und immer wieder auch was gesagt habt, wenn ich was hören wollte. Vielen, vielen Dank, ich werde euch vermissen. Macht's gut, ich drücke euch die Daumen. Wir sehen uns sicher irgendwann nochmal und am Mittwoch, das schaffen wir. Ciao, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.